Große Gefühle, die nehmen wir jetzt auch aus, Freunde. Wir sind ja noch nicht im Herbst, es ist immer noch Sommer. Bei uns ist Spätsommer und ihr habt ja mitbekommen, es war ein wässriges Spiel hier zugange. Das hat einen gewissen Sinn gehabt, es sollte nämlich die Fläche von der Bühne nochmal gereinigt werden. Damit ihr jetzt im Spätsommer frönt könnt, indem ihr die Schuhe auszieht und barfuß tanzt. Das ist gut für die Durchblutung und wir spielen euch den passenden Song, der heißt Barfuß. Barefoot, Song aus dem Tisch, Schweigerfilm, vielleicht kennt ihr den wir nicht. Das ihr jetzt kennt, also ein Slow-Twist, schwiegt die Hüfte barefoot. Das ist gut für die Durchblutung und wir spielen euch den passenden Song, der heißt Barfuß, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020